Wir sind die Einzigen, die gegen jeden Kriegseinsatz stimmen. Wir sind die Einzigen, die gegen jeden Bundeswehreinsatz stimmen. Und das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass Waffen keinen Frieden sehen können, sondern dass wir nur ohne Waffen und ohne Kriegseinsätze wirklich zu einer friedlichen Gesellschaft kommen.